Was geht, was geht, Banana Gang? Fortnite-Random-Duos kann auf der einen Seite sehr, sehr lustig sein und auf der anderen Seite sehr, sehr unterhaltsam. Und in diesem Video war das beides. Das Video war so lustig, denn ich habe einen Julian-Bam-Fan getroffen und der war einfach der Wahnsinn. Vertraut mir. Deswegen, schau das Video unbedingt vom Anfang bis zum Ende an. Lass ein Like da und ein Abo innerhalb der nächsten drei Sekunden und vielleicht bin ich dann dein Duo-Partner in 3, 2, 1. Tada! Das hier könntest du sein. Und es hat funktioniert, habe ich doch gesagt. Vergiss nicht, meinen Creator-Code Brexit-YT einzutragen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Hallo? Hallo? Kannst du reden? Hallo? Hallo? Bist du da, Falcon? Ja, okay, du heißt Falcon, aber wenn du nicht reden kannst, gehe ich raus. In 3, 2, 1. Falcon, auf Wiedersehen. Ja, Junge, wenn du nicht redest, gehe ich raus, Digga. Was ist los hier? Bye, have a great time. Yo. Yo. Ja, Mann. Ja, Mo. Ja, Mann. Ja, Mo. Red mal Deutsch. Red mal Deutsch, ja, Selimi. Ey. Nein. Kannst du Deutsch? Nein. Warum nicht? Gute Frage. Bist du dumm? Ja, Junge. Was willst du von mir? Warum streamstipest du mich? Hä, was sagst du? Warum streamstipest du mich? Laber doch jetzt nicht. Was? Was will das überhaupt? Junge, lag, wer bist du? Lag. Lag, schu. Bist du eine Sie? Nein. Flabomebo. Bist du ein Junge? Ja. Laber doch nicht. Du bist ein Mädchen. Nein, Mann. Ich bin, 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 nein, du hast niemand. Aber warum streamstipest du mich? Ich, ich, was sagst du? Hä? Wie, du kennst mich nicht? Ich bin der beste YouTuber der Welt. Okay, sei ehrlich. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Komm, egal. Sei ehrlich, sei ehrlich. Ich weiß genau, wer dein Lieblings-YouTuber ist. Sag, sag. Julien Bam. Ja, Julien Bam. Julien Bam soll in dir reingehen. Dann geht zu Julien Bam. Soll in dir reingehen. Julien Bam, Julien Bam, Julien Bam. Julien Bam, Julien Bam, Julien Bam, Julien Bam. Ey, das ist Banane. Lass die Banane in Ruhe. Zornig. Sorry, wusste ich leider. Zornig. Entschuldige dich. Tut mir leid. Nein, 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 nein. Du musst sagen, es tut mir leid. Einen richtigen Satz musst du aus dir geben. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid für was? Dass ich die Banane getötet habe. Knie nieder. Entschuldige mir, dass ich die Banane getötet habe. Spaß kommen, Digga. Du bist King, Mann. Aber ey, seit wann bist du Vater geworden? Ich war kein Vater. Du hörst dich an? Ich bin kein Vater. Als wärst du drei Familienväter gleichzeitig. Guck mal, du redest so, als wärst du eine Schlaftablette, ja? Junge, es ist 22 Uhr. Entschuldige mich. Wer ist dein Lieblings-Youtuber? Komm, hau raus. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich auch. Sag es. Derjenige ist gerade mit mir am Zocken. Sag, wer dein Lieblings-Youtuber ist. Sag, 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 sag. Ich hör zu. Brexit. Ja, ich kiss doch dein Herz, Digga. Ich kiss doch dein Herz, Digga. Komm, wir gehen da hinten kämpfen. Komm, wir gehen da hinten kämpfen. Keiner kann mir was. Keiner kann mir was. Boah. Hast du diese Shots von mir gesehen? Sag mal, ehrlich. Der wurde geleset, ja. Ja, ja. Guck mal, hier ist Karte. Hier ist Karte. Mach zu, mach kaputt. So, jetzt gehen wir in den Tresor rein. Der Tresor soll in uns reingehen. Ähm, warte mal. Was? Du bist viel zu leise. Kannst du ein bisschen lauter sein? Ja, ich hab gesagt, wait what? Ist das, was ist das für eine Sprache, Digga? Lass mal Deutsch. Englisch. Wait what? Was ist denn wait what? Wait what? Was hast du gesagt? Jetzt real talk. Wait what? Was ist das? Das soll wait what heißen. Also, warte mal, was? Er ist ein Meme. Ah, wait what. Okay, merk ich mir. Das ist der Tresor? Das was? Ja. Junge, dieser Tresor soll in uns reingehen. Was ist das für ein scheiß Tresor? Junge, Digga. Bro. Ich dachte, hier gibt es ein Baber-Tresor, aber hier gibt es nichts. Okay, komm. Gibt es Lichtschwerter? Ja. Dieser Lichtschwerter soll in dir reingehen. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Du hast gelacht. Sehr ehrlich. Ja, das war lustig. Mach die hier. Hallo. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Kein Problem. Ich hab dich gerettet. Super. Ich hab zwar nicht mehr Schaden gekriegt, aber ja. Super. Ich hab dich trotzdem gerettet. Ich bin dein Retter. Ja, das stimmt. Okay, ey. Was hörst du von Musik? Sehr ehrlich. Ich kenn jeden Text auswendig. Egal welchen. Ich hör eigentlich random Musik. Ja, aber sag mal deine letzte Musik. Ich kann einen Text auswendig für dich. Weiß ich. Ich kann ja mal nachgucken. Okay, guck nach. Von YPstone FG Pave, äh, Senergy. Nochmal letzter Text, den ich gehört hab. Von wem? Von YPstone FG Pave. Oder YFG Pave. Was ist das? Ist das ein Getränk? So Energy? Ein Lied sagen, was ich singen soll. Nicht irgendwelche ABCDEFG Alphabet. Er sagt einfach Alphabet A, B, C, B, D, F, G. Ne, sag mal ehrlich. Was hast du als letztes gehört? Also, was ich als letztes gehört habe, ist eigentlich von Helene Fischerns. Okay, sag mal welche. Atemlos. Atemlos durch die Nacht. Weiter weiß ich leider nicht. Ja, roter Punkt zeigt an, wo man schießt. Warte, warte. Oh, hab ihn. Hab den anderen. Okay, hier ist noch einer. Hab ihn auch. Oh mein Gott, wie sind die Besten. Ey, wie viele Einwohner hat Deutschland? Sag mal, ich kann mir solche... Sag mal ehrlich, sag mal ungefähr, ungefähr, ungefähr. Ungefähr. Oh, weiß ich nicht. Könnte ich... Boah, so schätzungsweise weiß ich nicht. Drei Millionen oder so. Oh, hart. Du verarschst mich, Digga. Können drei Millionen sein. Woher weißt du das? Du verarschst mich. Auf den. Ich bin nicht gut im Schätzen. Und dann sagt er drei Millionen. Und das sind fast vier Millionen. Woher weißt du? Es war wirklich geschätzt. Nein, du laberst. Nee, ich hatte schon... Ich hatte schon in Erntgründen gehabt. Ja, man. Merk man, Bro. Merk man. Warum? Ich geh von anderer Seite. Ist er runtergesprungen? Ja, einer ist griftig. Der ist hier. Der andere ist runtergesprungen. Schieß auf ihn. Er ist white. Er ist white. Schieß. Wo ist der eigentlich? Hier, hier, hier. Da hinten, da hinten. Der ist white. Ein AP. Ja, der heilt sich wieder. Guck mal, ich snipe ihn weg. Mach kaputt, mach kaputt. Ich snipe ihn weg. Er hat auf jeden Fall Hit bekommen. Mach kaputt. Und, der ist unten. Der ist unten, okay. Oh, das war so knapp. Der hat sich in der Hand. Der ist white, der ist white, der ist white, der ist white. Hier ist einer. Hier kommt noch jemand. Oh, Junge. Keiner kann mir was. Keiner? Auf dieser Welt kann mir was. Keiner kann diesen Eiern was. Keiner. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Ja, hier kommen gerade sogar Gegner hoch. Hier kommen Gegner, hier sind Gegner. Der hat Lichtschwert, der liegt Schwert. Hab ihn. Wo ist er? Ich bin komplett verkkatapultiert worden. Oh, oh, er hat mich. Wo bist du? Ich bin komplett runtergeflogen. Du bist besser. Sehr schön, hinter dir. Einen habe ich. Da. Nein. Das ist ein Laserschwert. Nein. Da. Hallo. Hallo. Hi. Mama Musikhaus. Es ist ein Italiener Musik. Italiener? Mama mia, Pizzeria, Comprendo. Eeeh, Italiener. Eeeh. Are you friends? Eeeh, can you? I can Italiener. I talk, okay? I talk. I talk. I talk. Come tali, wo? In Italien ist, uh, come stai? Ah, so. Ja, ich weiß doch. Bro, can you German please for me? Do you know a German word? No, I don't. Just one for me. For my heart. No, I don't know German. Eine Bruder. Please. I? No, no. Do you know one word in German? One. Eeeh. So, bro, I don't speak German. But do you know one word? I speak. I'm Italian, non German. But can you, do you go to school, Alta? Do you school? Yes, I, yes, I go to school, but I don't study German. I study Spanish and French. Okay, speak German for me. No, I. Okay, say, 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 like, say, 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 wait. But, but if I, if. Say. Bro, I know. Ich heisse. Ich heisse. Äh, dummkopf? Dummkos. Du, nein, nein, nein. No dummkos, dummkopf. Dummkopf? Ja. Mein? Mein. Mein Arsch. Arsch. Brennt. Sein. Brennt, 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 brennt. Meine Aspen Meine Aspen Nein, nein Du bist der König Du bist der König Hier für dich, hinter dir Hasta la vista Baby Es ist Spanisch Entschuldigung Hey Grinchfaxes Du bist mein Lieblings-YouTuber, bitte! Hey, ich kann es grad nicht glauben, was?